Ja, der ganze sieht zu geil an gerade. Oh, ja! Oh, nee, kein S-Real. Oh, nee. 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 Ist das Killspiel zu? I don't know. Ich glaub noch nicht. Jetzt ist das Killspiel zu. Ähm, also ich wär auf 10 gegangen. Oder so dieses Scam, glaub ich. Aber ich lass mich auch gerne von mir selbst überraschen. Okay, Toplane ist nicht gang gebildet. Dann weiß ich gar nicht, wieso ich von meiner Kröte weglaufe, ehrlich gesagt. Machen wir mal kurz Hands-Free hier. Sieht aber gut aus. Kein Ende. Ah, hier kann ich auch wieder nicht rein. Was ist das? Ach, nee, Evelyn. Evelyn muss ich ja early eigentlich entwaden, damit ich hier ein bisschen auf die Eier gehe. Das ist ein schlechtes Zeichen, dass die Vögel weg sind. Ist sie jetzt entweder Top? Ja, okay. Ist sie Red gestartet? Wo ist sie dann? Oh boy, der macht das da oben. Push das rein, push das rein. Doch, ich kann cancel mit Q. Lass da rein, lass da rein. Ach man, ich will da aber rein. Ach, dann halt nicht. Dann geh ich einfach back. Wir mobben hier erstmal wieder den kleinen Krug, indem wir ihn immer um seinen großen rumlaufen lassen. Das ist ganz wichtig. Ach, das ist auch Gali-Support. Ach, das ist Gali-Support und Brian Mitte. Ja, aber den habe ich schon gekillt. Der Typ ist nicht so gut, aber der war gerade mit Mitte gewesen. Ach, ich habe keinen Red Drangle gekauft. Ich bin Inter. Aber ich glaube trotzdem, dass die nichts machen werden, oder? Der spielt üble Akku, der Galio. Oh ja. Komm, ich komm, ich komm, aber ich bin noch ein gutes Stück weg. Ja, hier ist der Kleine. Den haben wir, den haben wir, den haben wir. Gut. Sick. Ich habe keine Ahnung, wo der Jungle ist, aber ich würde gerne Drayton. Habt ihr Bock herzukommen? Ich kann kommen. Okay, ja, das hilft schon vielleicht zum Zonen. Jo. Sick. Das war gut. Und das, obwohl ich Red Drinket vergessen habe. Angenehm. Boah, wie viel Schaden die machen, weil da schon die Zweiten sind und ich noch nicht back war, ey. Ich gebe die mir auch sehr viel mehr XP, dann nicht so viel genug, okay. Na gut, dann gehe ich jetzt gleich Wölfel, bin Level 6, dann kann ich die Evelyn an der Krabbe contesten und vielleicht Herald machen, da bin ich dabei. Drei Leute Mitte. Die ist Level 7? Okay, der Typ hat alles, ganzes Leben benutzt. Ja. Der Typ hat geflasht und erknaltet. Ich laufe mit, ich brauche noch. Warte, ich gebe Gas. Bruder, ich gebe Gas. Alter. Sad life, dass ich... Oh! Was war das denn für ein fucking Hook? Die fehlt, na, ist halt ein bisschen belastend. Ja, die hat gerade Herald gemacht. Die ist jetzt wahrscheinlich back, aber ich weiß nicht, wie ihr Jungle aussieht. Ich hätte auch gerne Herald gehabt. Ja. Ich hätte auch gerne mein Leben gehabt, aber war alles nicht drin. Die Kluft ist halt kein Wunschkonzert, ne? Oh, oh, oh. Ich glaube, ich glaube, das ist die Töte. Oh. Lol, okay, ich kann ihn einfach töten. Ich hasse die Dinge, Digga. Ich liebe es einfach. Okay, aber der hat auch nur Schienen. Wieso rushen wir als Darius denn Schienen? Ich meine, da kannst du Fage holen, okay? Und sogar ihr, also, what the fuck? Naja, wir nehmen's. Wie gesagt, ein Klett, der da oben ein freies Spiel hat, ist komplett GG. Ich hab jetzt immerhin leveltechnisch ein bisschen wieder aufgehört, ey. Oh, bei uns. Komm, ich komme, ich komme. Ey. Guck mal, was, wo ist jetzt hier das Counterplay von mir? Was kann ich dann machen? Oh, ich war mir sicher, dass die nochmal will. Oh, boy. Wieso ist er nicht tot? Oh, er ist einfach weggesprungen. Oh, ich hatte den Wii Reset gebraucht. Oh, mein Gott, dann hätte ich das überlebt. Fuckin' hell. Vögel bitte, 3, 2, 1. Danke. Hab anerkannt das Vogelgeräusch, ne? Ich komme nochmal für den Dingens hier. Willst du noch bleiben, oder? Ja, warte, ich bete. Hat keine Vision auf mich. Oh. Oh, boy. Hat die geultet schon? Ne. Yes. Hä? Okay. Noch Xerath, Skillshot, the Human Aimbot. Also, das war gerade übel traurig, dass die da war. Ja, nice. Er kann auf jeden Fall Skillshots. Oh, Gott, wer stirbt. Hui, die wird witzig. Ja. Ich sag ja doch, die würde ich nachher einfach nur one-shotten, Digga. Ich bin auf dem Weg zu dir. Alter, guck mir da plötzlich Brand und Galio entgegen. Was soll die Scheiße denn? So, das tut mir leid, aber du hast ein bisschen Anrecht auf Farm verloren, mein Freund. Das ist ein bisschen zu viel. Ich bin einfach rund dem Tower geplant. Aber wer fieden? Ach, damit die Müll für Null. Wir fieden alle. Irgendwie bis auf Ezreal und Klett. Eberlix, vielen Dank, dritter Monat. Du musst 17 Kills dieses Game machen, Alter. Also, wenn ihr jetzt alles dreht, kann ich auf Miracle-mäßig Solo-Carry mit etwas Glück, Ich werde aber jetzt schon... Was ist das denn hier? Der Galio ist halt auch so nervig. Der ist halt immer da. Ich hätte ihn ja sogar töten können, aber so nicht. Gehe ich Spirit-Visage nach Biotrk? Ich glaube, ja. Der will hier, der Junge. Nice. Och, schön, dass dann. Schön, Dragon, ja. Boah, das war ultra wichtig. Das war dumm, dass sie sich da haben, essen lassen. Ich habe kein Smile, dabei brauchen wir auch nicht. Okay, ich kann kein Spirit-Visage gehen. Ich muss entweder Witzend oder Hex trinken. Wahrscheinlich Witzend. Ich sehe doch jetzt schon, wie die wieder irgendwo hier rumgammelt. Und doppelt Lifesteal, ja. Also Spirit-Visage später hinterher sehe ich auch, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt nicht erst Witzend davor schieben soll. Das sehe ich irgendwie als was Sinnvolleres. Oh, Mitte. Oh Gott, scheiße. Hier. Kriegen wir die, ja, ne? Sick, sick, sick. Da ist noch der nächste Pick. Ja. Hier ist der nächste Pick. Der ist ignited. Schön. Haben wir, haben wir, haben wir. Warte, ich gehe noch rein, ich skid. Ja. Kann der jetzt bitte sterben? Oh mein Gott, hast du gesehen, wie lange ich cc-t war? Ja, ja, hab's gesehen. Ich war halt eben 300 Gold und fucking Mercurys weg. Von mit denen hätten wir die getötet, ey. Das kann ich nicht warden, weil der mich angegriffen hat. Hilfe! Oh, ich war gerade wieder aus der Q aus, wenn sie ultelt. Aber du hast sie gut. Oh, war das an Lucky vom Timing her. Ja, wenn sie jetzt mit der Wave getötet kriegen, können wir was machen. Machen sie den jetzt? Ne, nicht wirklich. Okay, Klett macht da irgendwas komisches. Ich glaube, der wollte gar nicht dahin, wo er jetzt hin ist. Scheiße, ich war mir so sicher, dass er rüberflasht. Ja, wir haben einen, los. Schön, richtig wichtig. Die Eve, die Eve, die Eve. Hä? Ich fahre vorgestorben! Draven hat mir ein 1217er Auto-Attack mitgegeben. Ich bin einfach verschwunden. Okay, den müssen wir jetzt auch fokussen. Gut zu wissen. Oh boy. Ezreal. Super. Oh, nice one. Ach, du Scheiße. Da ist die Eve. Ja, habe ich. Ich bin tot. Nein, ich bin nicht tot. Friss, friss die Beeren. Ich clear dir mal die Vision weg, einfach nur, damit sie Angst kriegen. Alter, der Item-Build-of-de-Draven ist ja komplett insane, wie viel Damage der gemacht hat. Ich habe jetzt mit's End. Und ich weiß nicht, ob ich da jetzt echt noch ein Spirit-Visage draufsetzen können, weil der Junge macht halt auch so viel Damage, der Draven. Nee, ich mache jetzt einen GA drauf. Ich mache jetzt einen GA drauf. Es hat schade, dass wir da keinen Rage-Baid reinkriegen in das Bild diesmal, aber so reicht das auch vollkommen. Oh Gott, nein. Gegen den Draven? Ja, gegen Draven. Äh, wir können den hier killen. Kommst du? Ja. Ich könnte rüberspringen und den einfach machen. Soll ich? Nee, nee, nee. Du hast keine Vision. Hier ist er, hier, hier. Bitte, Galio. Ja. Seh ich mich? Ich glaube, ich hätte dafür nicht ulten dürfen. Mach die Krabbe schnell. Ich hätte dafür nicht ulten dürfen. Fuck, jetzt verlieren wir den nächsten Fight. Na, ja, ohne Ulter zu fighten ist halt schlecht für mich. Aber wir haben jetzt eigentlich gegen fünf so. Eigentlich müssten wir jetzt... Da, da ist die Ding. Oh mein Gott, wir müssen auch Drake holen wieder. Scheiße, stimmt. Ja, hinterher, hinterher. Alter, guter Engage von dem Jungen. So ein geiler Engage von dem Jungen. Die EVE bleibt noch. Ja, komm, lass Baron gehen. Ja, Baron, Baron, Baron. Pass auf, nicht, dass ihr dich jetzt wegholt. Wir brauchen dich. Hier, ihr könnt jetzt nicht allein das Ding tanken, Leute. Ich hab wieder alles ab. Die EVE ist halt irgendwo. Das ist so gefährlich, Mann. Ach, sie ist hinter uns. Vollidiot. Ich hab sie, ich hab sie, ich hab sie. Nice, das ist unsere Fight, das ist unsere Fight. Ja, ich denk auch. Bin auf dem Weg. Ja, haben wir. Ich bin tot. Nice, let's go. Wo ist der Draven? Wo ist der Draven? Der wird kommen, aber ihr habt Wards. Aber der Typ one-shottet. Ja. Nicht vergessen. Oh mein Gott, Ezreal. Nice, das ist gut, sehr gut, sehr gut. Ja. Let's go. Ja. Ja, ich geh einfach weg. So, die Frage ist, sehe ich jetzt Rageblade oder Sterax hinterher? Ich glaube, ich sehe mich Sterax mehr. Ich muss überleben, weil mein Damage ist echt wichtig jedenfalls. Darius' Botlane wieder. Der Typ ist auf Botlane. Dann haben wir halt zwei offene Inhibs. Ich sag mal, wenn wir jetzt mit Baron noch getötet bekommen, haben wir halt Game. Wenn einer Base durchrennen, müssen wir einfach holen. Wir haben aber nicht genug Minion, um T3-Turits zu machen. Also alles gut. Hier, Darius' drin. Ich hab die A, ich hab die A, ich hab die A. Äh, Team ist irgendwo hin. Oh nein, unlucky. Ja, ich dachte, wir werden fighten lassen und ich wurde dann vollkommen reingezogen ins Team. Oh, ist das sad. Versuch zu überleben, versuch zu überleben. Wir haben Baron mit dir. Oh man, ich dachte, wir fighten das und ich war dann plötzlich mittendrin. Darius hat mich hart gebetet. Unser Drake, das wär unser Dingens, ne? Oh boy. Ja, das wär übel gut. Oh, jetzt holt der Inhib, der will die, oh nein, die kriegen den. Ja, die kriegen die safe. Die kriegen beide. Oh, ist das traurig. Können wir denen, können wir denen das zurückzahlen? Können wir direkt jemanden holen? Wäre echt wichtig. Oh, der macht Schaden. Ich bin auf dem Weg. Ja. Nice. Sehr gut, sehr gut. Sehr, sehr wichtig. Wir müssen keinen der Base deffen, aber noch nicht direkt jetzt, aber spätestens nach dem Drake. Fuck. Ich war doch in der Queue. Äh, was? Sie hat mich mit ihrer Ult aus meiner Queue rausgeschmissen. Ich hab das Gefühl, dass wenn sie ultet, ich aus meiner Queue rausgeschmissen werde und sie mich dadurch immer trifft, wenn sie ultet. Was halt übel retarded ist. Hier ist Eve. Nice. Macht schon mal Schaden. Ui, das macht ne Menge Schaden schon. Ja, ich glaub, wir müssen die uns engagen. Oh mein Gott, Klett will hier irgendeine Scheiße machen. Gehen wir damit. Der Draven ist auch ultra strong. Ja, 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 ja. Hä, wo, was hab ich denn gecued angeblich? Loll, das ist ein Ace? Okay, also, das war tatsächlich grad überraschenderweise übel gut von dem, ähm, willst du den wirklich haben? Dieser willst du den haben? Das ist, ach. Er spielt aber schon gut, er spielt schon gut. Na gut. Äh. Oh Gott. Ja, ich bin nicht in der Pike-Ult drin. Nein, wo geht er hin? Ja, 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 ja. Hier oben ist der Draven, hier oben ist der Draven. Was? Warum? Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab. Ja, du hast es. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ich mach uns den Draven und die machen die Base weg. Weil ich weiß nicht, ob das reicht. Sicher ist sicher, ey. Ich bin sowieso fast zu den Minions da. Okay, doch, es ist end, es ist end. Oh, geil, das ist unser Game. Ich glaub das nicht. Los, finish, finish! Sick, richtig sick. Wie geil, ey, der, 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 der ist egal. Er ist jetzt in mehreren Fights einfach nur auf mich draufgegangen und niemand hat ihm geholfen. Er war immer auf mich drauf und hatte mich CC'n und alles, sie hat nur auf mich raufspringen müssen. Aber es war einfach nie jemand da. Ja. Er war einfach nur auf mich draufgegangen und ich hab, 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 ich hab.